ja ja was alles Herzlich Willkommen zu mir auf meinem Kanal Genau ein Video Moin Anna ist auch wieder mit dabei Wir werden gleich dieses Turnier spielen hier Keine Ahnung was das ist aber wir werden das gleich spielen Vorher noch ne kleine Info Kollision Der Schicksal des Nullpunkts wird entschieden Macht euch bereit für das packen der einmalige Season Finale Am 4. Juni um 22 Uhr Mitteleuropäischer Zeitzone Heißt Wir werden natürlich das Live-Event Schauen nächste Woche Samstag Nein, du nicht Auf jeden Fall Ich weiß nicht warum, die Skins im Vordergrund Sehen übel heftig aus, finde ich Ich weiß nicht warum, sie sehen übel heftig aus Ich hoffe, dass werden irgendwie Battle Pass Skins Oder Stile oder was auch immer, sieht übel geil aus Vor allem der in der Mitte, sag ich mal Der so richtig präsent ist Also praktisch der zweite von Dings Der mit diesen Ohren, die was aussieht wie Black Panther in Billow Sieht übel heftig aus Und was ich ihm sagen muss Warum auch immer Der, aber der, der Dings, der sieht böse aus Der sieht richtig böse aus Der Mech Ich kann nicht mal mehr das Live-Event zocken Warum? Weil ich wahrscheinlich an dem Wochenende gar nicht da bin Schau einfach im Stream vorbei Ich stream das Auf jeden Fall Der Mech sieht irgendwie böse aus Ich weiß auch gar nicht warum Und das unten sieht aus, als wenn er angeführt wird Von der, von der, in der Mitte Also ich hab keine Ahnung, was das sein soll Ähm, umrum ist doch Eis Und oben, das sieht aus wie Sterne irgendwie Sieht auf jeden Fall übel heftig aus Wird wahrscheinlich wieder im Dunkeln stattfinden Äh, Eis Vielleicht kommt Eis wieder zurück Das vorne sind vielleicht Battlepuff-Skins Und der Mech wird eventuell böse beim nächsten Mal Weil die IO den in die Hand bekommen hat Hm, wer weiß das schon So, das sind alle Spekulationen Zum Thema dazu Äh, Tournament Ist das das Tournament, was ich denke, was wir jetzt spielen? Ja 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 Ja, ich ist noch eine Stunde, 24 Minuten Ah, das ist alles nur eine Stunde, 24 Minuten Aber das ist das Richtige Ja, ich hab verkackt, ich hab nicht angenommen Ich hab auf Abbrechen gedacht Echt, ist das das Richtige? Ja Ja, das ist das Nein, das steht du halbkamp an mir Hä, nein, bei mir nicht Bei mir ist das Richtige Hä, bei mir steht es aber bei den Mannen auch Ja, egal, wir werden da schon, das wird schon das richtig sein Ja, das andere ist lila Das hier ist durchsichtig, ich sage immer so Ja, stimmt schon Wann mal Na, ich kann es jetzt nicht abspricht, äh, spricht So, wir haben mal acht Punkte, danach quitten wir auch direkt wieder Das heißt, es wird noch hoffentlich kurzes Video Ich hab keine Lust, jetzt hier noch zwei Runden draus zu machen Und das Gute ist, meine Kollegen draußen checken nicht, dass ich hier gerade ein Video aufnehme Weil die nicht sehen, dass ich ein Video aufnehme Bei einem Stream würden sie das sehen können Weil sie die Benachrichtung davon aktiviert haben Ähm, bei einem Dingsjahr aber nicht Das ist halt ziemlich geil Die werden bestimmt sauer sein, wenn die wüssten, dass er das Video hier gerade macht Ja Oh fuck, nur nach einer Stunde und drei Ne, nur nach einem Tag und 13 Stunden Kritisch Da muss ich auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Clash of Clans durchsuchten Ich suchte gerade Hayley durch Ich hab gleich den Farmpass durch Ich hab gesagt, das ist doch nicht lange Das heißt, ich muss mir morgen, ja morgen eine Karte kaufen, damit ich mir den Farmpass holen kann Holst du dir jeden Monat den Farmpass? Äh, erst seit diesem Monat, ne seit letztem Monat glaube ich I guess, keine Ahnung, irgendwie so Uh, Doppelkanone Geht auf 8 Geile Sache Okay, wohin? Lass hier unten hin Relativ okayer Loot Relativ geile Möglichkeiten durchzuziehen Trotzdem im Tresor unten noch Wo und Schnee verstanden What the heck? Nein Wer dann auch fliegt, nennt sich das Ach so Äh, da werden wir uns treffen Äh, wenn dann kurz nach Bergedorf zu einem anderen Kollegen Äh Und haben dann auch auf jeden Fall Bisschen was zu tun heute Deswegen, äh, ich, ich weiß nicht Ich bin jetzt auch safe bis heute bis 3 Uhr oder so draußen Deshalb Ah, müssen wir das bisschen Was wollt ihr denn machen? Ich hatte ja gesagt, wir haben noch ein bisschen was zu tun, Digga Saufen Nein, nein, ich trinke nicht Ich weiß, dass du so nicht trinkst Da sind auf jeden Fall Gegner hin Das heißt, da müssen wir aufpassen, wenn wir da hingehen Wegen den Rifts nachher Scheiß, ich hab gar nicht auf die Placements geguckt Wir hätten vorher nochmal auf die Placements gucken sollen Ich glaub auf 75 und dann immer wieder Aber wir sind selbst rum Nein, 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 geh da hin, geh da hin Komm jetzt nicht zu mir Nein, ich komm nicht zu dir, aber ich weiß, wo du bist Danke, ich wollte gerade fragen Ob ich normale Waffen bekommen könnte Äh, scheiße Äh, ah, kack auf So Mal schauen, vielleicht sehe ich die Vielleicht kann ich auch einen hinten Vielleicht steht einer still Wie sie sehen, sehen sie nicht Perfekt Ah, da vorne ist noch das Schiff Ich werd da mal hinsteppen Geh du mal hoch auf die Windmühle und loote die mal Äh Ja Oh geht, oh geht Schau mal, was das abgeht Digga, wir sind denn hier die Place Points Und was richtig scheiße ist What the fuck, warum ist diese Dings hier, diese Munitionsküste hier mal verbuggt Ich hab grad nichts im hohen Ping Ja, im Turnier ist sowieso immer kritisch Wenn ich normal spiele, hab ich immer so ein Maximum 5 Manchmal vielleicht auch 7 bis 8 Ich zahl ja immer einen 20er Ping im Turnier Oh, scheiß auf die Sniper, Alter Warst du hier oben? Ja, ich war da oben Okay Ich bin bergrunter geslidert, deswegen bin ich jetzt hier unten Geil, ich mach einfach Aufgaben in Arena, let's go So muss das Nicht mal in Arena, in dem scheiß Turnier Wirst du angeschossen? Nein, ich bin runtergefallen Meine Güte, Mann, ich hab mir noch nicht so einen Schrecken ein, denger Wir haben nicht mal einen Punkt Fick dich doch Was soll das? Ich bin voll von der Seilbahn Ist zu weit gegangen und bin einfach runtergeguckt Hier war einer Nee, war einer, jetzt hab ich keine Zeit für dich Ich mein, hier war, nicht hier ist Hör mir zu Hä, ich hab grad mir selber geredet Ja, ich hab ja keine Zeit für dich Als ob du aus der dritten Person Perspektive über dich selber sprichst, das ist ja voll dumm Ich hab grad gesehen, Baba Wagen hat mir eine Einladung geschickt Ich so Baba Wagen, ich hab grad keine Zeit für dich Wer nennt sich denn so, Alter? Jetzt musst du gönnen Ich hab nicht wundervollen Hey, ist er ein Slimfish und irgendwie so ein richtiger Bullshit Ich hab jetzt überwitzig, wenn ich nicht einfach runterkicken würde, aber Da ich noch Punkte brauche Lassen wir das heute ausnahmsweise mal Mein Herr Ich glaube, ein Punkt Ah, okay, jetzt weiß ich, wie das abläuft Okay Das ist normaler Hype Cup Dings Normales Hype Cup, äh, Dings Äh, Punktesystem Okay, geil, gut zu wissen Ja, war klar Geil, okay Sehr gut Acht Punkte Äh, hast du Big-Schilder? Ne, ich hab's heißt, Splashys, Sex Minus Äh, weil hier ist noch ein Big-Schild und ich würd den gerne mitnehmen Scheiß mal auf deines Splashys Nimm mal Big-Schild mit Beziehungsweise ich nimm den Big-Schild mit, nimm du mal den, äh, Schild für Schmidt Warst du bei beiden schon oben? Also bei 1,6 insgesamt Ja, aber wo ist die Mitte? Ach da Ja, ich war bei 1 Oh, man kriegt nur das Drei von acht Also die Runde spielen wir jetzt ganz entspannt zu Ende Wahrscheinlich bin ich gerade entspannt, oder? Hm Ich weiß, ich bin immer so Das Turnier, es geht glaube ich um gar nix einfach Außer um dieses Spray Und das Spray haben wir Ja, deswegen in vier Dings hier haben wir das Spray durch Ich weiß nicht mal, was das für ein Kack-Spray ist, Digga Und ich spiel dieses Turnier, Digga, das kann doch nicht sein Heißt der Beste Was? Heißt der Beste Ja, schön Bring mir aber immer noch nix, was das Turnier sagt Bei mir ist das Turnier weiß Ja, bei mir ist das auch weiß Ich meine, wird das danach entfüllen Oder du kriegst es erst, wenn du das Spray hast Weißt du, so mäßig Dann weißt du erst, worum es ging so Auf den so Keine Ahnung Ich weiß, dass es mir jetzt glaube ich ein bisschen sauer aufnimmt Äh, ich weiß, dass es mir scheißegal ist What the fuck Oh Fünf Ja, aber wir sind in der Zone Also entspann dich Ich hab letztens Nicht letztens, aber vor einem Monat oder ein paar Monaten Oh Ja, nice Ein Turnier gespielt Und wolltest ja mit jemand anders spielen Ich wusste gar nicht, dass man nur auf einer Playstation Äh, ein anderes Turnier spielen kann Du kannst nur Ein, mit dein Nein, nein, nein Du kannst das Turnier an sich die ganze Zeit spielen Sache ist die Dass du es nicht mit anderen Personen spielen Genau Du kannst das nicht mit einer anderen Person spielen Aber Dann Wollte ich auf den Account von MyDead gehen Weil ich hab ja auch den Account von MyDead auf meiner Playstation Das geht auch nicht Dann wurde ich fast gebannt Weil ich es die ganze Zeit versucht hab Äh Lass Erstmal hier unten chillen Und dann gleich Weil wir safe weiter in die Mitte rotieren müssen Hier oben sind noch Rifts Äh Dann können wir gleich Seilbahn usen In 30 Sekunden ungefähr Und können dann mit dem Rift durchziehen In die nächste Zone direkt Und uns da Ähm Platz suchen Und uns unter die anderen 28 einreihen Beziehungsweise unter die 125 insgesamt Weißt du, der Rest ist ja nur noch Gegner Aber wir können trotzdem schon mal rüber, oder? Ja Pass auf Ja Pass auf, hier sind nämlich Gegner Und es sind ja alle Rifts da Das bedeutet Hier ist auf jeden Fall Keiner geriftet Wo ist die Zone? Okay In Ah Zone ist auf jeden Fall ziemlich weit weg Und drückt bis hin Dann zwei Minuten, um da hinzukommen Ich weiß nicht Ich werd mal schauen Wenn hier Steps sind, ziehen wir instant durch Sind hier keine Steps Werden wir mal ein bisschen looten hier Okay Top 15, geil Nice, 8 Punkte Ich wusste, wir kriegen das mit der ersten Runde hin Das ist kein Problem Der Tresor wurde gelootet Safe, hier wären auch 20k oder Äh, 20 Punkte Wahrscheinlich 20k 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 Punkte, wahrscheinlich Der hat, so viel hab ich nicht mal in der Arena Der hat wahrscheinlich Der Tresor wurde gelootet Ja, war klar Aber die sind safe zu Fuß weiter rotiert Richtung Greasy Die haben sich hier nur den Äh, den Stuff gesnackt Und sind dann direkt durchgezogen Äh, gibt's noch irgendwas Nices? Äh, einfach mal gar nichts 10 Punkte, ja Das dachte ich auch so, dass man das hinbekommt Vor allem mit dir im Schlepptau Dürfte man das eigentlich hinbekommen Was soll das jetzt heißen? Das war ein Kompliment Mit dir im Schlepptau dürfte man das hinbekommen Gehen wir in den untersten Rift Äh, es sei denn, es ist mit Holz Wir können hier Holz gut abfahren Aber rein theoretisch können wir den untersten, ja In den Pool Aber lasst zwei usen Auf unnötig Okay Geh du unten und nicht geh um Auf geht's Wir müssen los zur Zone noch 20 Sekunden Äh, wir gehen erstmal so Ich würd sagen hier unten irgendwo in die Zone Top 11 und wir haben 11 Punkte, das ist ja witzig Mal schauen, vielleicht wird das auch schon ein Win, weil wir so spät angefangen haben, weißt du? Kann der Action nie gut sein So, ich werd auf jeden Fall gleich meine Powerbank noch mitnehmen, glaub ich Geil, auf jeden Fall, uh, ich glaub, wo ich wurde, bist du auf dem Weg her oder nach Home Bin gerade bei der Bank fast Komme danach zu euch Ich mein, ich hab sowieso einen schnellen Schritt Und, äh Naja, so lange war ich auch nicht Deshalb Alles entspannt Und ich mein, die Runde geht ja auch nicht mehr so ewig So Hast du grad über Blaze-Thing geschrieben? Nein Ich hab über Handy geschrieben Mein Handy lädt gerade, indem ich nochmal kurz neben mir In der Zeit, wo ich zu Hause bin Ich mein, wenn ich so lange draußen bin, na, da muss ja ein bisschen Kann man mit Zona Geht der Akku schnell, ja Soll ich lieber Zappler mitnehmen? Ich mein, mein Handy ist von 2000 Äh, 19, I guess Vor uns Gegner Und ich glaub, die kommen uns pushen, glaub ich Ja, die haben übel Bock Aber egal, acht Punkte haben wir Und ich hab drei Zappler Oh, ich muss ja noch bauen 50er Hit Der erste Hä? Bitte holen Oh, shit Perfekt Perfekt Mach mal hin, mach mal hin Mach schnell, schnell Bau hinter dir Und mach Ich meinte, Bau hinter dir Und mach Hast du ne verstärkte Wand? Ne Ja, dann mach einfach hier Scheiß drauf Aber duck dich dabei Duck dich doch ein Es ist abgebrochen Digga, aber anstatt du dich einfach duckst Und hinter dir baust Ich hab gesagt hinter dir Ja, ist egal Ja, 50 Punkte Ja, wie viele Punkte? 15 Ah, entspannt What the heck Übel entspannt Ganz böse entspannt Ja, hat die Runde gedauert? 6 Minuten Äh, 16 Ja, ist genau das Turnier Perfekt Ja, 8 Punkte für das Spray Wir haben 15 So, das war's Danke Freunde fürs Zusehen Haushalt ein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao